Hool von Philipp Winkler, Aufbau Verlag Ich wärme meinen neuen Zahnschutz in der Hand, wende ihn mit den Fingern und presse ihn etwas zusammen. So mache ich es vor jedem Kampf. Das Gelmaterial bleibt stabil, gibt nur wenig nach. Das ist ein Top-Ding, was besseres kann man nicht bekommen. Individuell vom Zahntechniker hergestellt.